Heute werde ich dir zwölf Tipps geben, wie du deinen Podcast besser mit Audacity bearbeiten kannst. Und ich möchte auch eine kleine Wette mit dir abschließen, und zwar wette ich mit dir, egal wer du bist, egal wie viele Erfahrungen du schon mit Podcasting oder mit Audacity hast, es werden auch für dich heute zwei bis drei neue Dinge dabei sein, die du davor noch nicht gekannt hast. Und damit hallo und herzlich willkommen hier in der Podcastschule. Ich bin Mike und hier in der Podcastschule zeige ich dir, wie du deinen eigenen erfolgreichen Podcast starten kannst und wie du mit deinem Podcast mehr Zuhörer, mehr Downloads und mehr Reichweite bekommst. Wenn dich das Thema interessiert, wenn du da noch mehr zu wissen willst, dann schau mal in die Videobeschreibung rein, da findest du Links zu meinem Podcast und abonniere natürlich auch hier die Podcastschule auf YouTube und aktiviere die Glocke, dann bekommst du nämlich immer eine Benachrichtigung, sobald ich ein neues Video zum Thema Podcasting veröffentliche. Und ich würde sagen, wir reden nicht länger um den heißen Brei herum, sondern wir gehen jetzt direkt in Audacity rein, wir gehen direkt an den Laptop und schauen uns das Ganze mal ein bisschen genauer an und da werde ich dir die zwölf Tipps geben. So, wir befinden uns jetzt im Audio-Bearbeitungsprogramm Audacity und ich werde da jetzt relativ schnell heute durch die zwölf Tipps durchgehen und wenn du da noch ein bisschen ausführlicheres Tutorial zu Audacity haben willst, da habe ich dir hier mal was aufgenommen, da kannst du einfach draufklicken und dir das anschauen, aber heute geht es ein bisschen schneller, da will ich dir einfach diese zwölf Tipps zeigen. Und dann fangen wir gleich mal mit dem ersten Tipp an und dieser erste Tipp ist, wenn du hier auf die untere Spur, auf den unteren Rand von deiner Audiospur gehst, dann erscheint da so ein Doppelpfeil und mit dem Doppelpfeil kannst du die Audiospur größer ziehen und dann sieht man alles ein bisschen besser und es wird dann ein bisschen übersichtlicher. Wenn du mehrere Audiospuren hast, musst du halt schauen, ob das dann noch auf deinen Bildschirm passt, aber ich finde, es macht das Ganze übersichtlicher, ist nur ein kleiner Tipp, aber hilft auf jeden Fall ziemlich viel. Der zweite Tipp, den ich dir geben kann, ist, nimm am Anfang von deiner Podcast-Episode ein paar Sekunden Stille auf. Ja, wie du hier siehst, ich habe hier ganz am Anfang so fünf Sekunden Stille aufgenommen. Der Grund dafür ist, wenn man am Anfang Stille aufnimmt, dann kann man das später verwenden, um bei Audacity das Hintergrundrauschen zu entfernen. Das funktioniert so, um das Hintergrundrauschen zu entfernen, muss man Audacity erstmal sagen, was ist denn Rauschen überhaupt? Ja, man gibt da Audacity, ein sogenanntes Rauschprofil mit und das kann man eben nur machen, indem man hier diese paar Sekunden Stille auswählt. Und wenn man die nicht aufgenommen hat, muss man sich die Stille, wo quasi nur das Hintergrundrauschen aufgenommen wurde, irgendwo in der Aufnahme suchen und meistens wird es ziemlich schwierig, weil du irgendwie zwischendurch atmest oder so, was eigentlich keine Stille, kein Rauschen ist, sondern irgendwelche anderen Störgeräusche. Und wenn du am Anfang hier so eine schöne, klare Stille aufgenommen hast, dann kannst du die einfach auswählen. Dann klickst du auf Effekt, dann klickst du auf Rauschverminderung oder Noise Reduction, wenn dein Audacity auf Englisch angestellt ist. Dann klickst du im Schritt 1 auf Rauschprofil ermitteln und dann wählst du mit STRG A oder CMD A auf dem Mac oder per Doppelklick deine gesamte Audiospur aus. Und dann gehst du nochmal auf Effekt, gehst nochmal auf die Rauschverminderung und klickst jetzt bei Schritt 2 einfach auf OK. Und jetzt wird das Hintergrundrauschen in der ganzen Audiospur entfernt. Tipp Nummer 3, den ich dir in Audacity geben kann, ist, wenn du einen Kompressor anwenden willst, damit deine Stimme von der Lautstärke her nicht so dynamisch klingt. Also ein Kompressor, der sorgt im Prinzip dafür, dass deine lauten Töne ein bisschen leiser und deine leisen Töne ein bisschen lauter werden. Und dann klingt deine Stimme von der Lautstärke her konstanter. Der Kompressor in Audacity ist nicht perfekt oder nicht optimal geeignet für deine Stimme, aber wenn du den dafür verwenden willst, dann empfehle ich dir folgende Einstellungen. Und zwar beim Schwellenwert empfehle ich dir so, ich sag mal, ungefähr minus 12 Dezibel oder du kannst auch auf minus 15 runtergehen, je nachdem wie laut deine Audioaufnahme ist. Ja, hier deine Tonspur. Beim Verhältnis empfehle ich dir nicht höher als 3 zu 1 zu gehen und bei der Ansprechzeit und bei der Abklingzeit hier beides ganz nach links ziehen. Na, ganz nach links ziehen, den minimalen Wert nehmen und dann auf OK klicken. Und dann wird der Kompressor angewendet und jetzt wirst du gleich sehen, wenn der Effekt durch ist, wenn das Ganze angewendet wurde, zack, ja, ich mache mal vorher, nachher, zack, werden die lauten Töne einfach ein bisschen leiser gemacht. Tipp Nummer 4, den ich dir geben kann, ist, wenn du deine Folge als MP3-Datei dann exportierst, also das macht man ja, indem man auf Datei, dann auf Exportieren klickt, dann als MP3-Datei exportieren, weil später lädst du die ja in der Regel als MP3-Datei hoch, dann gibt es hier eine relativ wichtige Einstellung, nämlich den Bitratenmodus. Normalerweise ist es hier auf Voreinstellung, aber das ist für gesprochene Sprache nicht optimal. Besser ist, wenn du hier auf Konstant gehst, ja, und dann ist es einfach besser für einen Podcast für gesprochene Sprache und das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern den Tipp findest du auch auf der Webseite von Audacity und dann kannst du mit diesem konstanten Bitratenmodus auf Speichern klicken und dann wird deine MP3-Datei exportiert. Und dann ist dein MP3 besser für einen Podcast geeignet. Diese Standardeinstellung, die ist eher für Stereomusik und nicht für Podcasts optimal. Tipp Nummer 5, der Equalizer. Den findest du, indem du hier auf Filtercurve gehst oder Filterkurve. In früheren Audacity-Versionen hat der tatsächlich Equalizer geheißen, aber jetzt heißt es halt Filterkurve. Ich verstehe auch nicht, warum. Beim Equalizer kannst du bestimmte Frequenzen von deiner Stimme verstärken oder abschwächen. Unsere Stimme besteht ja aus verschiedenen Frequenzen und da kannst du eben die Frequenzen verstärken oder abschwächen. Wenn du jetzt nicht weißt, was du da tust, dann lass da eher die Finger davon. Hier irgendwie was rumzuspielen oder so empfehle ich dir da nicht, weil da kann man auch viel kaputt machen. Aber wenn du hier auf Verwalten gehst, dann auf Werkseinstellung und dann auf Niedriges Abperlen für Sprache, dann erscheint folgende Kurve. Und die sorgt dafür, dass diese ganz tiefen Basstöne, dass die aus der Aufnahme rausgenommen werden. Das sind meistens Störgeräusche und die sind nicht so relevant für die Sprache. Da sind relativ wenig Sprachinformationen drinnen und das kannst du auf jeden Fall anwenden. Wenn du eine relativ tiefe Stimme hast, vor allem als Mann, dann macht es vielleicht Sinn, diese Punkte hier alle noch ein bisschen rüberzuschieben, damit das Ganze eben noch ein bisschen, ich sag mal, erst bei einem tieferen Level anfängt, deine Töne zu entfernen. Wenn du eine Frau bist, kannst du es auf jeden Fall in dem, und eine höhere Stimme hast, dann kannst du es auf jeden Fall in der Standardeinstellung lassen. Aber das Prinzip ist immer gleich. Man tut einfach diese ganz tiefen Basstöne entfernen, damit die Aufnahme so im unteren Bereich klarer und aufgeräumter klingt. Und dann einfach auf OK klicken und dann wird das Ganze angewendet. Tipp Nummer 6, den ich dir geben kann, du musst unbedingt vermeiden, dass deine Aufnahme übersteuert, dass dein Mikrofon übersteuert. Wenn deine Audioaufnahme so aussieht, bedeutet, wenn deine hier diese aufgenommenen Frequenzen, diese aufgenommenen Schallwellen hier, wenn die den Rand berühren, wenn die den Rand regelmäßig berühren, dann hast du ein Problem. Weil dann übersteuert dein Mikrofon und immer wenn dein Mikrofon übersteuert, dann nimmst du lauter auf, als das Mikrofon die Lautstärke verarbeiten kann. Und das gibt einen ganz grässlichen Ton. Das klingt absolut schrecklich. Und deshalb musst du das auf jeden Fall vermeiden. Deine Aufnahme, die sollte eigentlich nie den Rand berühren. Die sollte eher so aussehen und eben nicht so. Wenn die so aussieht, dann gibt es da eine einfache Lösung. Und zwar ist dann dein Mikrofonpegel zu laut eingestellt. Und den kannst du bearbeiten, indem du hier einfach den Pegel hier ein bisschen runterschiebst. Ich mache das jetzt nicht, weil dann klingt mein Mikrofon auch leiser. Aber wenn du das machst, dann wird es dafür sorgen, dass du nicht mehr ganz so laut aufnimmst. Und dann sieht deine Audiospur wieder so aus. Und ja, dann entsteht dann nicht dieser extrem unangenehme Übersteuerungston. Tipp Nummer 7, den ich dir geben kann, und das ist fast der wichtigste Tipp, achte darauf, dass du mit dem richtigen Mikrofon aufnimmst. Hier oben kannst du nämlich dein Mikrofon auswählen. Und wenn hier dein Standard Laptop, PC oder Mac-Mikrofon ausgewählt ist, dann nimmst du auch mit dem auf, egal ob dein gutes Mikrofon eingesteckt ist oder nicht. Und deshalb unbedingt hier darauf achten, dass nicht dein Standard-Mikrofon, sondern das richtige Mikrofon ausgewählt ist. In meinem Fall wäre das das Shure MV7, in anderen Fällen ein anderes Mikrofon. Aber wenn du mit dem Standard-Mikrofon aufnimmst, dann klingt deine Podcast-Episode schrecklich. Und das willst du deinen Zuhörern nicht antun. Also unbedingt achten, hast du das richtige Mikrofon ausgewählt. Tipp Nummer 8 hängt sehr eng mit dem vorigen Tipp zusammen. Und zwar, wenn du am Anfang deiner Episode, bevor du deine Episode aufnimmst, empfehle ich dir, mach doch einfach mal 10 Sekunden lang eine Testaufnahme. Du klickst hier aufs Aufnehmen und dann nimmst du einfach mal für 10 Sekunden testhalber deine Stimme auf. Und dann kannst du nach 10 Sekunden auf dieses Quadrat hier klicken und die Testaufnahme beenden. Und dann kannst du dir die anhören. Und mit so einer Testaufnahme erkennt man ganz schnell, habe ich das richtige Mikrofon verwendet, weil sonst klingt es schrecklich, diese Testaufnahme. Nehme ich überhaupt auf? Wird da überhaupt irgendein Signal aufgenommen? Oder ist das Mikrofon falsch angeschlossen? All diese Dinge findest du mit so einer kurzen Testaufnahme raus. Und glaub mir, mit so einer Testaufnahme sparst du dir viel Zeit, weil wenn du das nicht machst und es stellt sich heraus, da war irgendwas falsch in der Aufnahme, falsches Mikrofon oder es wurde gar nichts aufgenommen, dann darfst du nochmal von vorne anfangen. Tipp Nummer 9 ist ein Tipp, der dir sehr viel Zeit sparen wird. Ja, wir alle müssen ja, nachdem wir unsere Podcast-Episode aufgenommen haben, die irgendwie bearbeiten. Bedeutet, wir müssen irgendwie bestimmte Versprecher oder gewisse Passagen rausschneiden, wenn wir etwas Falsches gesagt haben oder ja, manche Dinge müssen einfach entfernt werden. Und dieses Schneiden von deinem Podcast, das dauert in der Regel viel Zeit, weil du dir deine ganze Episode nochmal anhören musst. Wenn deine Episode jetzt nur 10 Minuten lang ist, ist das nicht so schlimm. Aber wenn deine Episode jetzt 50 Minuten oder 90 Minuten lang ist, dann dauert das schon richtig lang. Ein Trick, wie du dir da extrem viel Zeit ersparen kannst, den findest du hier rechts oben. Rechts oben in deinem Audacity gibt es nämlich hier so einen Schieberegler. Und mit dem Schieberegler kannst du deine Wiedergabegeschwindigkeit verdoppeln oder auf eine beliebige Geschwindigkeit einstellen. Bis zu dreimal so schnell. Ich mache immer in der Regel so 1,9 oder doppelte Geschwindigkeit. Und wenn ich dann hier mit diesem kleinen Playbutton die Audiospur abspiele, dann wird das Ganze doppelt so schnell abgespielt und ich kann es mir doppelt so schnell anhören und den Podcast doppelt so schnell schneiden. Bedeutet, ich bin in der Hälfte der Zeit fertig. Und wenn du dir zwischendurch mal wieder eine Passage in normaler Geschwindigkeit anhören willst, kannst du es einfach ganz normal machen, wie davor mit der Leertaste oder eben mit diesem grünen, großen, also dem normalen Playbutton hier auf der linken Seite. Und noch eine kurze Warnung, die ich dir da aussprechen kann. Deine Stimme hört sich in der doppelten Geschwindigkeit an wie Mickey Maus. Das ist am Anfang ziemlich witzig, aber nach ein paar Minuten hast du dich dran gewöhnt und dann ist es überhaupt keine Ablenkung mehr. Und wenn du deine Stimme dann wieder normal abspielst, dann klingt sie logischerweise wieder auch völlig normal und nicht mehr wie Mickey Maus. Tipp Nummer 10, den ich dir geben kann, ist, wenn du deinen Podcast, also wenn dein Podcast nur aus gesprochener Sprache besteht und da nur sehr wenig oder gar keine Musik drin ist, dann kann es für dich Sinn machen, wenn du nicht in Stereo aufnimmst, wie ich das hier gerade mache, also wo für das linke und das rechte Ohr eine verschiedene Tonspur aufgenommen wird, sondern ich lösche hier mal die Audiospur, dann kannst du auch einfach in Mono aufnehmen, bedeutet da ist dann quasi für das linke und das rechte Ohr die gleiche Audiospur, da gibt es nur eine Audiospur und das machst du indem du hier auf Bearbeiten gehst, Einstellungen und dann hier oben auf Geräte und dann kannst du bei Aufnahme bei Kanäle von 2 Stereo auf 1 Mono umschalten und ab dann wird dein Audio nur noch in Mono aufgenommen. Und damit kannst du dir eben Speicherplatz sparen, weil dann nur noch die Hälfte vom Speicherplatz benötigt wird. Tipp Nummer 11 ist eine einfache Tastenkombination, die aber richtig viel Power hat und zwar die Tastenkombination Steuerung R. Mit Steuerung R kannst du einen Effekt wiederholen. Also ich mache mal ein Beispiel. Angenommen hier im Hintergrund hat auf einmal angefangen, also in so einer kurzen Pause hat auf einmal angefangen der Hund vom Nachbar zu bellen. Du hast hier so eine kurze Sprechpause und du willst sie jetzt nicht entfernen, aber du musst irgendwie das Bellen rausbekommen. Dann kannst du hier, also ist jetzt nur ein Beispiel, ja, also du klickst dafür einfach auf Effekt, dann auf Verstärken und mit Verstärken kann man auch die Lautstärke reduzieren, einfach indem man negativ verstärkt und ich reduziere die Lautstärke jetzt einfach mal um minus 13 Dezibel und zack wurde der Bereich reduziert. Ja, wurde der leiser gemacht und dann erkennst du ein paar Sekunden später, ups, hier hat der Hund auch nochmal gebellt und jetzt könntest du das Bellen wieder entfernen, indem du wieder auf Effekt gehst und wieder auf Verstärken und wieder das Ganze auswählst, aber du kannst einfach den Bereich auswählen und mit Steuerung R zack den letzten Effekt nochmal wiederholen und da kannst du dir in vielen Fällen echt einiges an Zeit ersparen und das Spannende ist mit diesem Steuerung R das funktioniert mit jedem Effekt, also egal welchen Effekt du hier anwendest mit Steuerung R kannst du den letzten Effekt einfach auf eine bestimmte Auswahl nochmal wiederholen. Ja, wenn ich hier jetzt alles auswähle und Steuerung R klicke, dann wird das alles um 13 Dezibel reduziert, macht jetzt natürlich keinen Sinn, deswegen mache ich es wieder rückgängig. Tipp Nummer 12 hat was mit diesen drei Ausschlägen hier zu tun. Was habe ich da gemacht? Da habe ich dreimal in die Hände geklatscht und der Grund dafür ist, wenn du dich in deinem Podcast irgendwie versprochen hast, dann kannst du einfach ganz laut ins Mikrofon klatschen und dann erkennst du das ziemlich deutlich hier in der Audiospur und daran erkennst du halt später bei der Podcast Bearbeitung wo hast du dich versprochen und kannst dir die Bereiche dann eben ein bisschen genauer anschauen oder wenn du gerade beim Bearbeiten bist und siehst, oh da hinten kommt nochmal ein Klatscher, dann weißt du höchst wahrscheinlich schon okay, den Bereich kann ich wahrscheinlich rausschneiden und kann mir schon mal das da vorne anhören und damit kannst du dir eben viel Zeit sparen. Eine Warnung, die ich dir machen muss, wenn du diese Klatscher aufnimmst, dann pass bitte auf, dass du dir deinen Podcast danach nicht mit Kopfhörern anhörst oder zumindest nicht, dass die Kopfhörer nicht zu laut gestellt sind, weil ja, sonst haut dir das wahrscheinlich die Trommelfälle raus, ja, also da musst du dann ein bisschen aufpassen, aber ansonsten machen diese Klatscher wirklich viel Sinn, weil du, ja, da eben bestimmte Stellen extrem gut kennzeichnen kannst. Du kannst es auch mit was anderem machen, vielleicht wenn du eine Trillerpfeife hast, kannst du da reinpusten oder sowas, also da gibt's verschiedene Möglichkeiten, probiere da einfach mal aus, was da für dich optimal ist. Man muss dazu sagen, dieser Ton, den du da erzeugst, der muss natürlich irgendwie in der Audiospur erkennbar sein und sich von der normalen Sprache abheben und beim Klatschen funktioniert das ziemlich gut. Ja, und wenn du dann deine Podcast-Episode mit den zwölf Tipps bearbeitet hast, dann könnte es sein, dass die immer noch nicht gut klingt oder dass sie irgendwie ein bisschen komisch klingt. In manchen Fällen hat es damit zu tun, dass du das falsche Mikrofon hast oder einfach gar kein gutes Mikrofon verwendest. Worauf du beim Podcast- Mikrofon achten musst, da habe ich dir hier mal ein Video aufgenommen, das kannst du dir gerne anschauen, da gebe ich dir genaue Tipps, was da beim Podcast-Mikrofon wichtig ist. Und dieses ausführliche Tutorial zu Audacity, das findest du nochmal hier, das habe ich dir hier verlinkt, das kannst du dir gerne auch nochmal anschauen. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir heute weiterhelfen, das war Mike von der Podcast-Schule und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, mach's gut, ciao. Baído hacer. Danke.